Hallo! So, jetzt geht's los. War warm schon an. Hoppala! Da gibt doch irgend so ein Sprichwort mit Pantoffeln, oder? Da bist du aus den Latschen gekippt. Ja. Oder so. Guck mal, das schöne Gras. Das blaue Gras. Julian hat gerade seine Pantoffeln verloren. Nur zur Verläuterung. Er kann nicht wahr. Sie hat sie direkt wieder gehabt. Ja, verloren hast du sie nicht. Was würde man denn dann sagen? Für einen Moment nicht gehabt. Aha. Konzentrieren wir uns lieber auf die Nicht-Realitude. Oh! Der kommt genau zu mir. Für meine Abwehraktion. Das weiß ich aber doch nicht. Der Handschuh hat jemand anderes benutzt. Oh, Innenpfosten. Innenpfosten rein. Das kann ich mit meinem Fußball-Vokabular glänzen. Geh mal hinten, da ist noch nicht mehr keiner. Ich bin in der Mitte, das ist noch okay. Ja, ja. Oh, sie kommen. Sehr gut. Gute Abwehraktion. Und. Oh, oh. Habe ich, habe ich, habe ich. Das ist ein Konter. Ein Konter. Und jetzt das nächste Fremdwort. Egentor. Egentor. Ja. Ich kenne nur Fußballer. Eigentor sogar. Peinlich. Peinlich peinlich. Peinlich peinlich. Ich bleib hinten. 1967. Und was ich nicht recht, das recht nicht. Nicht. Ein kleiner Licht. Ich liebe dich nicht. Doch dein Gesicht. Ist. Wo es ist. Attacke. Du sagst. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Und den Ball. Und los geht's. Oh, Mann. Das ist immer nur so kurz. Ach, bitte. So, jetzt. Bam. Oh, 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 oh. Den habe ich doch mal ordentlich in die Luft gejagt. Da machst du nix. Nee, da machst du nix. Ja. Ich hab einen Flug geschafft. Ja, mit den Balltreffen noch. Oh, denk rein. Das sehe ich doch schon kommen. Freeze! Ich hab, glaube ich, heute von Wirbelschwörungen geträumt. Und, ähm, willst du jetzt auch erzählen, wie der Traum genau ist? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht mal sicher. Aber ich träume oft von Wirbelstürmen. Echt? Ich will immer mal einen Wirbelsturm haben. Ach, du bist ja ein genialer Traumdeuter. Nein, ja, ich find Wirbelstürme cool. Ich glaub, ich will keinen haben. Außer, dass die halt viele Menschen umbringen und Häuser zerstellen und so. Ja, mit der anderen dann auch dich. Also, das heißt, in der Bedeutung des Traums, oder dieser Begierde, ein Beruf ist, um haben zu wollen. Ja, mit selbstmordlichem Gedanke. Richtig. Aber, ähm, wir haben ja diese virtuelle Welt, die ist eklisch schöner. Da müssen wir uns auch nicht umbringen. Können wir zumindest... Bis wir dann... Oh, oh. Oh. Boah, das hat er gut gemacht. Aber 2-1 können wir noch aufhören. Und was ich sagen wollte, bis wir dann halt sterben, kennen wir ja noch, anstatt uns umgebracht zu haben... Leben. Leben in dieser virtuellen Welt. In diesem Himmel aus Pixel. Oh, scheiße. Oh nein! Nein, nicht schon wieder... Nein! Das wärs gewesen. Noch haben wir eine Chance. Den hab ich nicht gesehen. Wir brauchen ein Tor. Den hab ich einfach nicht gesehen. Der war einfach da. Der kam aus dem Nichts. Ein genialer Moment. Da, sowas. Genauso, als so ne Vorlage brauchen wir jetzt. Und... Oh, so ne Aktion! Ich hab' ein Saugt noch. Was mach' ich denn? Jetzt brauchen wirs gar nicht. Ich hab' einen Vorlage. Ja, ja, ja. Ja, das sieht gut aus. ja ja das ist der ausgleich von mir herrlich also ich weiß noch du hast meinen ball gerettet da gab es mal einen moment das war so genial den müssen wir hier nochmal zeigen ja den blenden wir mal ein das war so ehrlich dieser moment ich erinnere mich immer wieder gern daran guck mir immer wieder gerne an ich sag auch ich bin da also ich bin auch echt dann stolz auf mich ja ich hab richtig gemerkt wie du dich für mich gestalt hast ja normalerweise kann ich das gar nicht normalerweise habe ich nur schadensfreude für die leute über ich das gibt es nicht das ist diese saugnapp vorrei von dir das ist unglaublich es ist einfach du weißt einfach wie man das ding benutzt toll wie damals als ich da hätten die fast ein tollgeschoss blenden wir an dieser stelle mal ein um das zu verdeutlichen ich bin an den controller gekommen die verbindung ist schlecht ach das ist der controller egal 5 Sekunden bringe ich noch über die Bühne jetzt müssen wir ohne dich klarkommen nein geht ja nicht Internet ist raus achso Abbruch ja aber wir haben gebraucht technische Probleme los ich jetzt jetzt ich jetzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020